Ja Leute, ich herzlich willkommen. All of Battle ist ja jetzt durch. Wir haben alle Kampagnen bis jetzt durch. Soll jetzt nochmal eine Alliierte kommen, würde sie dann demnächst kommen oder ist vielleicht auch jetzt schon durch. Ich weiß nicht, wann das hochgeladen wird. Wir machen aber jetzt mal das Tutorial. Ja, guck mal. Ja, weil das habe ich noch nie gespielt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich würde sagen, wir legen los. So. Tutorial. Willkommen auf der Ausbildungsinsten, Käpt'n. Wir werden mit frischen Rekurten und grundliegenden Kampftechniken hier erproben und Ihnen einen Vorgeschmack auf den Krieg geben. Das Einsatz hier lautet, alle Stützpunkte des roten Teams einzunehmen, die mit einer roten Flagge gekennzeichnet sind. Jedes Mal, wenn eine Flagge erobert wurde, erhalten wir zusätzliche Ressourcen. Um unsere Truppen zu reparieren und zu verstärken. Ihre Truppen werden zu Beginn zahlenmäßig schwach und unerfahren sein, aber ihre Stärke wird bald zunehmen. Okay. Okay. 25 Runden. Obwohl wir 3 Sekunden haben, sind das eigentlich, sind das doch Bonus-Ziele. Dann fangen sie alle Einheiten aus. Dann können die vorigen Sütz-Ressourcen aufstocken. Okay, dann würde ich sagen, wir legen los. Okay. Statt 2, äh, statt 3, 2. So. Äh, sie haben einen Stützpunkt des roten Teams angenommen und als Belohnung zu sicheren Ressourcen erhalten, nutzen sie sie, um neue Einheiten zu kaufen oder bereits vorhandene Einheiten zu reparieren. Okay. Äh, 5 Punkte. Was kriegen wir? Für 5 Punkte kriegst du nichts. Also für 5 Punkte und 35 kriegst du nichts außer eine Infanterie, was wir machen können. Ohne Infanterie und schon hat sich die Sache dann schon erledigt. Okay, der ist weg. Notruf. Wir haben bei Funksprüche eine Einheit erhalten, die sich abgeschnitten hinter der feindlichen Nähe befindet. Ohne Zugang zur Versorgung und Verstärkung sind diese Männer bei feindlichen Angriffen schwer verwundbar. Okay, das seid ihr da oben. Lass mal gucken, ob hier was ist. Ja, hier ist ein Bunger. Ah, da unten, das müssen wir noch holen. Das kann er da machen. So. So. Wer erledigt? Verbindung hergestellt. So. Die Höhle des Löwen. Der Hauptschutzpunkt des gegnerischen Teams befindet sich direkt vor ihnen. Es wird von einer Betrachtung Anzahl an Truppen verteidigt. Einnahmen dieser Position ist das Hauptseer der heutigen Gefechtsübung. Müsst ihr haben da eine Panzerabwehr stehen. Ah, du hättest da runter. Da habe ich jetzt verschwitzt. Musst du jetzt nochmal da runter, okay. Marine Infanterie. Einige Transportschirchen mit Marine Infanterie-Rekruten sind eingetroffen. Wenn sie sie am richtigen Strandabstand landen, können sie ihnen in den Gefechtsübungen vielleicht vom Nutzen hier sein, okay. Versorgungsschiff haben wir auch dabei. Sehr schön. Dann könnt ihr das hier machen. Du kommst jetzt mal hier hin. Äh, du hier hin. Du hier hin. Und du hier hin. Okay. Hm, da unten wäre was. Warte, da hat jemand was vor. Oh. Meine Augen. Okay. Nachschub vom Meer. Sorge dafür, dass sich ihre Versorgungsschiffe direkt an der Küste befinden, um so Landungstruppen zu unterstützen, hier zu können. Wenn die Truppen auf feindlichem Territorium landen, sind die Schiffe ihre einzige Quelle für Nahrungsmittel und Ausrüstung. Okay. Der ist jetzt eher isoliert. So, hier hin. Hier hin. Ah, Mist. Der konnte echt zu schnell gehen. Aber schwer angeschlagen. Wow, der lebt immer noch. Okay. Können wir jetzt machen. Ich muss ihn da wegkriegen. Deswegen wäre ich wohl gleich hier. Ja, ich brauche hier Truppen, um den da rauszuholen. Weil vorher brauche ich das Ding nicht zu erobern. Hm, er nähert sich da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das habe ich hier ein bisschen vernachlässigt. Ich vergesse immer wieder die Heintypigkeit dieser KI. Das ist halt so unfähig. Okay, tot. Tot. So, die Rekruten des grünen Teens haben für ihre hervorragende Leistung bei der Gefechtsübung die Lob erhalten. Das rote Team hat demnächst entgegenzusetzen und war hoffnungslos unterlegen. Okay, jetzt muss ich aber erstmal wieder da eine Truppe hinschicken. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Gut, bist du da schnell da? Ja. Achso, du kannst hier nicht. Stimmt, habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wer jetzt als erstes da ankommt, aber wir müssen es sehen. Ich glaube, du, ne? Ja. Okay. Gut. Das Tutorial, Sieg. Diese Haufen neuer Rekruten hat sich heute gut geschlagen. Stellen wir sie vor eine große Herausforderung, bevor sie sich noch etwas auf ihrem Sieg hier einbilden. Okay. Ja, das Tutorial. Okay. Neu gekaufte Panzer. Neu gekaufte See-Einheiten. Was ist denn meine nächste Mission? Die Rekruten des grünen Teams sind nach ihrem Sieg auf der Ausbildungsinsel gut gelaunt. Ihr Ausbilder wird Ihnen jedoch noch viele weitere Inseln zeigen und dieses Mal werden Ihre Füße nass. Insel springen. Dann machen wir mal das, weil wir haben ja eh noch nichts. Hallo? Okay, nochmal zurück. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging. Jetzt müssen wir es gehen. Jetzt geht's, ja. Okay, Leute, dann sehen wir das beim nächsten Mal. Wir machen mal das Tutorial. Gucken wir mal, wie das ist. Ich hab's noch nicht gespielt, deswegen. Wir haben alles andere ja durch, soweit. Und dann machen wir jetzt mal das Tutorial. Wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial wieder. Bis dann. Ja, sondern. Bis zum nächsten Mal.